so herzlich willkommen zurück und was mir gerade beim durchschauen der folge aufgefallen war war dass wir vergessen haben uns das giftprivileg wieder zu nehmen das mit dem gift sollte nicht zur gewohnheit werden sondern nur jetzt für die ausnahme tiere und das auch nur um adam und eva zu schützen ja wir wollen ja noch versuchen wie gesagt von den tieren denn weiter zu züchten so dass auch ein paar mehr tiere haben auch wenn mir natürlich noch aufgefallen ist dass ja ja die kürze auch durch die töne gehen also überhaupt durch seine gehen dann wäre noch ein bisschen was vor uns so auch leck mich doch so hätten wir und dann wollte man noch etwas genau fackeln haben wir jetzt 92 sieht doch gut aus doch wieder gut aus fahrer performant ist so komisch die erde dabei ist auch egal so hoffentlich wird sie grün und nicht braun jetzt könnten wir jetzt auch live im display machen aber so ehren ist ja aber wenn ich das die mod, meine dirtcrafting mod verändere dann muss ich natürlich damit das auch wirksam wird ja auch dementsprechend jetzt starten das könnte ich das jetzt hier live im display machen könnt ihr könnt es auch mal sehen wie man nur ist das kompliziertste auf der welt so es werde licht sprach ausrahmen so halb brauche ich jetzt hier zu viel baue auch noch zwölf stück so jetzt müssen wir hier noch eins haben richtig genau das heißt wir machen jetzt noch eins und jetzt müssen wir genau aufs link drauf zu gehen sehr schön so jetzt müssen wir jetzt 50 blöcke oder 60 blöcke oder was das auch mal war genau nur noch 50 blöcke in die richtung gehen die frage ist bleiben wir jetzt hier so eng ich habe doch gerade die blitze die dazu hier noch eine tür machen könnten die frage ist halt macht das ganze sinn dann wird es eher sinn machen die vorne eine doppeltür einzubauen aus metall weil wir auch so viel metall rumliegen haben ist ja doch noch mal hier so eins noch mal variation ja das hat ja gut funktioniert so die erste schlussacke sind dann gleich mal weg was was ist hier los schüppel okay klar Mal gucken, wann wir durchbrechen. Hier schon mal Sand, das heißt, ja, wir sind fast da. Sehr schön. Oha. So, das heißt, wir werden jetzt hier auf der Höhe, wie viele haben wir überhaupt, wie viele Blöcke? Hier haben wir jetzt noch genau einen einzigen Block gerade mal. Hä, warum sind wir so nah an der Kante? Oh, so Ehren ist da. Guck mal, da kommt sie. Warum sind wir so nah an der Kante? Müssen wir nicht viel mehr Platz nachher zu dieser Richtung daheim? Hä? Bin ich jetzt dumm geworden oder was? Wartet mal ganz kurz. Das kann hier nicht ganz mit rechten Dinge zu gehen. Wir machen mal so, so, so. Und jetzt bauen wir uns mal hier hoch. Warum sind wir hier so nah an der Kante? Oh, weil das nur ein kleiner Vorsprung ist. Ja, wir sind tropfen ganz schön nah. Hier müssen wir normalerweise rauskommen. Hä? Wir sind also viel zu weit? Wir sind zwei Blöcke zu weit? Äh, Leute? Was ist denn denn? Was war's? Was? Schön, hier such ich gelbe, gelbe Farbstoff. Na, hier ist aber alles protected. Hier wirst du nichts damit finden, was du mitnehmen kannst. Äh. Ist aber alles protected. So, da müssen wir hier nicht wieder zumachen. Hat der gut funktioniert hier? Aber warum? Über uns ist doch dieses komische Stabding's da. Ah, das hat ja nicht so gut funktioniert, ne? Ne, ich mach das mal auf die Seite. Left the game. Warum left it the game. Warum left it the game? Das muss doch nicht geläftet werden. Upsala. Ach, komm, Alter. Er macht doch schon den Spitzack auf die 3, ganz ehrlich, Alter. Das sind das hier Verangehungheiten. Also, ich mach das mal. so und das wieder gut das heißt dann mache ich mal hierzu wieder da so dann mache ich hier eine fackel hin hier lasse ich dann erstmal so gut das sieht uns doch schon wesentlich besser aus aber nichts daran dass das hier ein kleiner vorsprung ist immer noch abbauen müssen weil der stört ansonsten zumal doch sand ist das heißt er wird sowieso stören früher oder später doch das weiß ich mal auch die ist anders anders vorbeigelaufen ich glaube es ja nicht so kann es hier bleiben wobei hier für uns auch so jetzt können wir hier eine kleine base bauen also das ist hier die fläche auf der das ganze dann enden soll das heißt dass wir uns auch weg der vorsprung hier der später auch weg jetzt kann erstmal da bleiben so wird mal sagen das ganze hier ich mache die glas von drei hoch das heißt sie kommt dann hier so rein so hier fällt hier fällt der berg wieder steil ab das heißt da hinten kann ich sowieso nicht eine glasfront bauen sondern nur in die richtung und in die richtung da werde ich mich auch auf die richtung mal beschränken so das heißt wir haben in die richtung eine schöne front kann ich hier noch ein so das heißt das hier kommt alles weg hier wird wieder zugemacht halt das egal so so und hier soll das ganze so was wir hier raus machen sind die frage ob ich dann einfach wieder klatschen drauf klatschen sagt dass ich muss halt auch von hier vorne aus abdecken das heißt es wird wahrscheinlich mehr sind zu sagen okay ich mache das jetzt cobblestone so dass es halt auch repariert aussieht quasi ne aber hier eine richtig schöne front eigentlich könnte ich jetzt sogar das so ein bisschen breiter lassen doch sieht gut aus so die reihe kommt dann weg so genau damit danke schön so dann kommt jetzt hier vollglas rein wunderbar wunderbar tadaa so und da oben wie gesagt mach ich da einfach mal cobblestone rein äh ja da hat ja gut funktioniert so genau mach ich auf der höher ja ach man wo sieht das gut aus? ja das sieht gut aus sehr schön jetzt haben wir jetzt eine schöne aussichtsplattform vielleicht sollte ich die stein reihe auch noch entfernen also hier unter dem glas da muss ich glaube ich auch noch mal rein entfernen so nur mit runter fallen könnte wehtun so das heißt so ungefähr so ungefähr ja schon besser schon gleich viel besser hier haben wir das gleiche hier oben kann es bleiben ne das da so ein bisschen abschließend ist ist vollkommen in ordnung ich gehe herzlichen glückwunsch für area die ist sehr sehr lang damit ich im let's play let's play play platz habe so so äh genau was wollte ich jetzt? achso muss ich noch steiner abbauen sehr schön naja wie gesagt die area habe ich ja sehr groß dimensioniert ne wie gesagt vorne geht sie bis zum fluss da wo die brücke drüber geht über den fluss bis dahin geht die rw und hier geht wie man sieht da hinten vielleicht irgendwo müsste man bald so eine klippen sehen bis zu diesen klippen geht doch die area also wirklich relativ ne also ist überschaubar aber ist schon für eine normale area sehr groß wie gesagt der fluss hier macht deswegen gleich eine biege der geht hier hinten so rum und hinter dem fluss ist also so eine große felswand hier hoch geht und bis zu da geht auch die area sieht man vielleicht gleich kann er mal so hier ne rausgehen da bist du dieser felswand da hinten bis dahin geht auch die area und in die richtung geht es bis dahinten zu dem bis zu den dschungelbäumen ne hinter den dschungelbäumen kommt der wasser denn das ist ja unsere wüste da kommt erstmal wasser das was wir immer überqueren müssen quasi bis zu dem ufer geht auch die geht auch die area wie gesagt also relativ groß aber soll ja auch wie gesagt ne gerade für solche sache wie das gab da hier vorne für die farm wollen wir platz haben und nicht immer darauf achten müssen dass wir auch wirklich nur eigentlich würde ich hier noch eine nische reinbauen ne so kein raum oder sowas ich meine hier ist jetzt ein gang dahinter ah ne quatsch der gang ist auf der seite hier ist gar nichts hinter das heißt könnte mich hier hinterher wirklich austoben dann mache ich vielleicht tatsächlich noch ein paar kleine räume rein was ich auf jeden fall mal mache ist hier mal ein bisschen ausleuchten man soll ja auch von außen erkennen können dass hier bewohnt ist ne kommt noch da kommt auch keine hin dann haben wir hier 3 und dann haben wir hier 2 na super läuft ja gut ach schaut euch unsere gegend an ja schön hoch hier ich meine jetzt könnte man natürlich überlegen was man hier so rein baut ob man dem hier tatsächlich den richtigen zweck gibt ähm Frage wäre halt was wir können hier natürlich so richtig kleinen wohnbereich bauen äh wäre tatsächlich möglich brauchen wir aber mal mehr clean stone zum abkleiden weil ich habe jetzt nur noch 20 clean stone das heißt wenn wir jetzt wirklich ein bisschen in die wände reinbauen wollen da brauchen wir wieder zum abkleiden von löchern etc. noch mehr clean stone ich kriege die krise krise ok ich wusste überhaupt ich sehe sie gar nicht mehr ich sehe mich gar nicht mehr und eigentlich wenn ich sie nicht mehr sehe müsste sie aus der area auch raus sein also was auch immer sie gerade die krise kriegt ähm hoffentlich die krise brei unser lager ich suche gelben farbst ach so ja ja wie gesagt ne blumen und so haben wir selber auch ein bisschen suchen müssen das war ich weiß gar nicht mehr welche farbstoff wir überhaupt gesucht haben wir hatten ja auch eine farbe gesucht und haben da auch ewig gesucht äh ja wegen was denn überhaupt wegen dem bett ne kann das sein wegen dem bett rote blumen ach ne wegen lcd wegen den farben genau da hatten wir ja auch rot grün und blau gesucht gehabt für den wahrenhof ja ja stimmt aber auch mal einen gelben farbstoff lol wo so ein stone block brick mit gelber linie drauf ist bahn steig kann so machen wir es jetzt noch größer in die richtung in die richtung können wir noch ein bisschen weiter reingehen ähm ich würde sogar komm ich stelle hier erstmal den Ofen hin irgendwo temporär denn bauen machen wir tatsächlich einfach mal ein bisschen clean stone hier nochmal und zwar tatsächlich mal wieder angeheizt mit kohle ich meine abzugsmöglichkeiten haben wir hier mehr als genug ne ist alles total verglast kleiner raum da ist frischluft kein problem äh du da rein du da um rein und dann gehts ab so das heißt wir werden hier tatsächlich oh es geht aber hinten ne die linie hädeln macht aber auch nichts machen wir trotzdem ah hier habe ich jetzt natürlich trotzdem sonst abgesperrt da da raus so die richtung das gleiche warum das ganze ganz einfach ähm weil ich jetzt nämlich hier mittig eine tür bauen kann oh ja also erstmal ein durchgang ob wir dann auch eine tür später anbauen ist dann eine andere frage aber erstmal ein durchgang so kommt hier wieder klar auf rein sehr schön ähm also zwei bis drei kommen wir auf jeden fall rein oh sagte er und starb hört sich tatsächlich schon auf oh ja hier hört sich tatsächlich schon auf na gut dann äh ist das so hier haben wir schon wieder sang wir hätten uns mal diesen anderen mitnehmen sollen oh oh können wir vielleicht doch kompletten durchbruch machen ne mit so rund rum glas ich dachte jetzt geht die weg nicht weiter weil ich dachte dass hier diese kante ist dass also hier noch eine menge stein vor uns ist aber stimmt ja hier geht ja auch relativ gerade runter cool dann können wir das also tatsächlich mit benutzen so äh erstmal überlegen das würde bedeuten dass wir primär auf jeden fall erstmal das hier komplett auf 3er Höhe machen so soll der richtiger wohnbereich sein also 3 mindest hoch so jetzt können wir gucken wie wir hier äh wenn wir hier glas einbauen wie wir es am liebsten einbauen hier hält das glas an der stelle auf jetzt können wir natürlich die steinreihe hier entfernen und das glas quasi ne die glasfront an sich durchgängig machen wäre vielleicht gar keine so schlechte idee jeder mach doch machen wir auch so das müsste dann das hier das hier müsste auch weg das müsste hier weg das müsste weg so und hier machen wir das weg das weg und dann gehen wir hier gerade durch gerade durch und wir sind schon wieder verhungern geil und mato so das heißt ähm glas, 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 glas macht doch der Glasblock hier keinen Sinn und wir sollten schon voll aufhören, aber ich weiß ja nicht. Ich mach mal, hier mach ich mal zu. Können wir hier tatsächlich ein bisschen reingehen, so ungefähr. Ähm, ach so, hier ist jetzt auch das Ding zu schmal. Nein, mein schöner Cobblestone, du hoher Sohn. Ich hab deine Buller gefickt. Aber das hat mir Spaß gemacht. Äh, das war falsch. Hä, manchmal hieß eine Verschiebung dran, kann das sein? Na genau, ich denkst du zu zweibereit sein. Äh, das ist ja Bullshit. Müssen wir hier wohl, äh, nachhelfen. So, hier lassen wir auch ein bisschen nach. Ja, ok. Wunderbar. Wenn man hier reinkommt, richtig schöne Glasfreund. Ah, herrlich, herrlich. Gut, wir haben die ganzen Punkten hier, natürlich, ähm. Weiß ich gar nicht, ob so Glas gibt es ohne Punkte? Äh, ja, gibt es? Boah, sowas wäre vielleicht doch geil. Obsidian Glas, wir haben ja Obsidian. Bzw. haben wir nicht, aber Obsidian Glas kann man sich relativ einfach mit Obsidian machen. Was brauchen wir dafür alles? Äh, gibt es doch mal Rezepten. Ah, ok, direkt Obsidian. Stücke. Lol, ich dachte man muss das mit Glas mischen oder sowas. Oh ja, das Ding wird geil. Gut, ok, dann, ähm, ja. Ok. Dann gehen wir mal, ja. Dann machen wir mal für heute Feierabend. Und dann gehen wir morgen tatsächlich erstmal nochmal in die Höhle und holen uns nochmal Obsidian. Dann machen wir die gesamte Glasfront aus Obsidian Glas. Ich glaube das wirkt halt einfach geiler. Machen wir so. Bis dahin dann. Bis dann. Alleine. ��